Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Fernsehstatement am Vorabend der 16. Bundesversammlung mit unserem Präsidentschaftskandidaten Christoph Butterwege, unseren beiden Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht, Diebner Bartsch, der auch das Wort jetzt ergreift. Bitte, Diebner. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sie wissen, wir standen vor einigen Wochen hier und haben unseren Kandidaten Christoph Butterwege präsentiert. Wir können heute feststellen, nach den Wochen, dass es intensive Wochen waren und dass sich die Entscheidung, die wir getroffen haben, ausgezahlt hat. So viele Termine, wie Christoph Butterwege mit seinen Themen gemacht hat, das haben wir uns alle fast nicht träumen lassen. Er konnte in der Öffentlichkeit Akzente setzen, die für uns wichtig waren, die für das Land wichtig waren und die Diskussionen vorangetrieben haben. Ich will nur noch zwei Bemerkungen machen. Die erste, um 18 Uhr treffen sich die Wahlmänner und Wahlfrauen der Linken, 95 Wahlmänner und Wahlfrauen. Davon sind 53 Frauen. Damit hat die Linke den höchsten Frauenanteil in der Bundesversammlung. Ich finde das beachtenswert mit 55,8 Prozent. Auch da sind wir stolz drauf. Und das Zweite, was ich sagen will, ja, es ist heute ein historischer Tag. Vor 98 Jahren wurde Friedrich Ebert Reichspräsident. Und ich will ausdrücklich darauf verweisen, dass es eine Tradition ist, wo die Arbeiterklasse damals noch nicht gespalten war. Und deshalb gehört er auch zu unserer Tradition, jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt. Wir freuen uns auf die morgige Wahl. Wir hoffen, dass Christoph Butterwege, was die Stimmen betrifft, über die 95 Wahlmänner und Wahlfrauen der Linken hinaus Stimmen erreicht. Dankeschön. Ja, also allgemein wird ja die morgige Wahl von vielen als eine eher langweilige Wahl betrachtet, weil man davon ausgeht, das Ergebnis ist klar. Jeder weiß, wer demnächst ins Schloss Bellevue einzieht. Unser Ehrgeiz ist, diesen Tag doch mit einer zumindest kleinen Überraschung interessanter zu machen, weil wir doch sehr hoffen, dass es den einen oder anderen, der sozialdemokratische Inhalte noch ernst nimmt, dann vielleicht doch davon abhalten wird, Herrn Steinmeier, der immerhin die Agenda 2010 wesentlich mit konstruiert hat, zu wählen und lieber das authentische und auch wirklich ernste sozialdemokratische Profil von Christoph Butterwege seine Stimme geben wird. Ich meine, man kann ja auch sagen, Christoph Butterwege steht für das, wovon Martin Schulz bisher nur redet. Und wenn die SPD wirklich einen neuen Kurs einschlagen möchte, dann finde ich, ist das morgen auch ein Test, ob tatsächlich in den Reihen der SPD, natürlich auch in den Reihen der Grünen, wie viele es dort gibt, die wirklich ein konsequent soziales Profil, ein konsequentes Eintreten für soziale Gerechtigkeit dann auch mit ihrer Stimme unterstützen möchten. Ich bin vor 82 Tagen nominiert worden von der Linken, bin dann an dieser Stelle vorgestellt worden und kann jetzt natürlich, was die Kandidatur angeht, eine gewisse Bilanz ziehen. Ich habe versucht, das Thema soziale Gerechtigkeit in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich habe viele Interviews gegeben, viele Veranstaltungen bestritten. Bis auf eine waren alle Säle überfüllt und ich habe das Gefühl, es war gut, diese Kandidatur angetreten zu haben, das Angebot der Linken akzeptiert zu haben, für sie morgen anzutreten bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Und ich stehe für dieses Thema soziale Gerechtigkeit, also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf globaler Ebene. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Spaltung der Weltgesellschaft in Arm und Reich Kriege und Bürgerkriege hervorgerufen hat, auch Fluchtbewegungen ausgelöst hat. Und insofern müssen wir dieses Thema viel stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion bringen. Dasselbe gilt aber auch für die Bundesrepublik Deutschland selbst. Die hat zwar von sich den Eindruck, eine soziale Marktwirtschaft zu sein, eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, eine Gesellschaft, die nicht gespalten ist in Arm und Reich, aber in Wirklichkeit ist genau das der Fall. Und auch das löst bei uns politische Verwerfungen aus. Einerseits in Bezug darauf, dass die Ärmeren, dass diejenigen, die Hartz IV beziehen, immer weniger zu Wahlen gehen, dass sie sich nicht einbringen mehr in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Und zum anderen, dass Menschen, die in der Mittelschicht Angst haben vor dem sozialen Abstieg, sich rechten Demagogen zuwenden. Beides ist schädlich für die Demokratie und deshalb muss derjenige, der besorgt ist um die Demokratie, dafür sorgen, dass der Sozialstaat wiederhergestellt wird, dass mehr soziale Gerechtigkeit in der Bundesrepublik hergestellt wird und natürlich dafür, dass auch Umverteilung von oben nach unten stattfindet. Dafür trete ich morgen an in der Bundesversammlung. Ich glaube, dass ich derjenige Kandidat bin, der dieses Kardinalproblem unserer Gesellschaft am intensivsten thematisiert und dass sich von daher viele andere Probleme in unserer Gesellschaft erschließen und deswegen auch lösen lassen. Die Aufgabe eines Bundespräsidenten ist, egal wie er heißt, dieses Problem aufzugreifen, die Gesellschaft aufzurütteln und auch die etablierten Parteien, die Regierenden, die politisch Verantwortlichen darauf hinzuweisen, dass sie in der Gesetzgebung, in ihren politischen Entscheidungen mehr Rücksicht darauf nehmen müssen, dass sich unser Land tief gespalten hat und Lösungen suchen müssen dafür, diese Spaltung ein Stück weit wieder zu schließen. Dankeschön, Christoph Butterwege. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Ich sehe, dass es nicht der Fall ist. Dann wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Abend und bis morgen. Also, ich sehe, dass es nicht der Fall war, Madamーム, der weinardigungsvolle Sitzschule. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Michael, Mio, Executive Cordain Typ USκε 20, 14, 16, 17,差不多 17, się lat vivir. Ich sehe, dass es nicht die Glocke ist, es nicht der Fall ist, wenn ein Mind-Erim-Erim, wäre es nicht der Fall ist ... Vielen Dank.